Das Hotel Metropolis Beach liegt in Miami Beach in Florida. Die meisten Gäste des Hotel Metropolis Beach würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 75%. Insgesamt haben 5 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,8 von 6 Sonnen. Gastronomie Die meisten Gäste sind zufrieden mit der Küche des Hauses, wünschen sich aber an einigen Stellen Verbesserungen. Die Wertung für die Gastronomie lautet 3,3 von 6 Sonnen. Service Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,2 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.